hallo ihr lieben katrin hier von maxi primos ja heute gibt es mal ein fashion video wo wir vielleicht nicht ganz so professionell wie ihr das gewohnt seid von anderen meine ich jetzt nicht von mir ja ich habe einen hoodie mein allererster hoodie und das tolle an dem ist schaut mal der hat mein eigenes logo auf der brust und nicht nur auf der brust sondern auch auf dem rücken ich stehe jetzt nicht auf und zeige euch das nein wenn ihr das sehen wollt wie der auch alltagstauglich ist ja wie man sich alltagstauglich style damit dann schaut einfach mal auf meinem blog www.maxiprimos.de ich freue mich auf euch und ja schreibt mir doch mal wie euch das gefällt und ob ihr euch für euch so was auch vorstellen könnte das wäre ganz toll natürlich schreibe ich euch auch wie ihr an solche sachen rankommt und wo vor allem weil die qualität von diesem hoodie ist absolut mega mega und vor allem von dem druck es ist in diesen stoff reingedruckt das heißt ich habe da auch gar keine angst wenn ich das wasche wenn ich da mich daran halt dass nur bei 30 grad zu waschen dann denke ich dürfte da nichts passieren der hoodie der ist ganz toll der ist von innen angeraut und die farben von dem logo sind genauso wie ich das wollte wie mein logo auf meinem blog ist und ich bin absolut begeistert so dann schaut ganz schnell auf meinem blog vorbei ich freue mich auf euch ciao